Willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung. Schön, dass sich so viele zu diesem Modul angemeldet haben. Du kannst tun, was du willst. Und sei darin die Beste. Aber damit man auf große Fahrt gehen kann, braucht man ein Ziel. Der Mensch wird sich mehr und mehr selbst zur Umwelt. Wer künftig ich sagt, muss man nun auch ideal sein. Ich ideal. Und wenn es in erster Linie um Angstlösung geht, nehmen wir Citranil zum Beispiel. Das sind so ganz gängige Antidepressiva. Natürlich kommen viele mit der Idee, jetzt bekomme ich ein Medikament und dann geht es ganz schnell vorbei. Das dauert. Schwester Angelika, meine Abendmedizin. Dankeschön. Bei zwei komplett gleichwertigen Optionen gibt es keinen vernünftigen Grund, sich für die eine und gegen die andere zu entscheiden. Nicht intervenieren heißt, das Unglück seinen selbst gewählten Lauf nehmen zu lassen. Hat das Kind eine Depression oder hat es was anderes oder hat es neben einer Depression noch was anderes? Ja. Ist es eine leichte Depression, ist es eine mittlere Depression oder eine schwere Depression? Also wenn sie mir gesagt hätten, deine Mutter ist tot und du hast unheilbar Krebs, hätte ich gesagt, ja gut, auch noch klar. Und das endete damit, dass ich irgendwann mit meinem Jagdgewehr auf dem Bett saß und das erste Mal das Gefühl hatte, wirklich heiter zu sein, weil ich wusste, ich kann das ja beenden. Ich muss jetzt einfach nur meinen Lauf in den Mund stecken, den Zeh in den Abzug und dann kann ich es ja beenden. Ein Stuhl ist kein Bett, der Tod ist kein Schuh.